und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen folge um sie 2 schön dass ihr wieder da seid ich bin es in der bio und ja heute nicht auf der linie 604 in wuppertal sondern heute auf der linie 608 in wuppertal ja wir sind gerade jetzt in der aufnahme die 604 gefahren deswegen habe ja gesagt habe dass wir uns jetzt 608 noch anschauen möchten und können ja einfach gleich hier weitermachen und fahren das ganze natürlich wieder mit dem c2 der mitgeliefert wird hier im wuppertal und zwar die le variante in wundervollen wsw repaint so was steht hinten eigentlich drauf oder gelesen brummen ist einfach weil die sparkasse den motor der wirtschaft am laufen halten in deutschland und 64 standorten weltweit wenn es ums geld geht sparkasse wer ist heute noch bei der sparkasse so ok denn wenn wir jetzt mal hier soweit alles einstellen ist ja eigentlich soweit alles fertig die wendet sich mal an und abmelden und werden jetzt mal die schaut mal ja die 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 sogar noch kürzer ja das ist schon dass das ist schon ein bisschen frech das sind eins praktisch als als linie mit aufzuführenden also es hätte gar nicht drin stehen dürfen halt einfach ja das hätte man so ich sag mal einfach so lassen sollen und dann ist ja gut ja und wenn man dann halt dann 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 um sie spielt oder sowas ja dann siehst du ah cool da hast du noch so so zwei kleine minilinien so 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 gimmicks dabei oder sowas ja dann wäre es glaube ich wäre das komplett in ordnung gewesen aber halt das halt in dieser verpackung oder auch bei steam halt in der video in der produktbeschreibung in der videobeschreibung sag ich schon in der produktbeschreibung halt einfach drinsteht linie 608 und das ist natürlich ein bisschen irreführend ja also finde ich persönlich also das ist ja natürlich jetzt wieder auch so ein punkt wo man sagen es ist besser als nichts oder sowas aber ja also ich glaube ich spreche dafür viele wenn ich da sage ist es hätte anders sein können starten natürlich wieder hier barmen bahnhof und ja fahren richtung oberbahn in bahnhof so wunderschön das nicht gemacht 680 ja da hat er jetzt irgendwie gerade nicht bestätigt nächste fahrt ja was ist los mit der kasse so machen wir es nochmal 68 nein 608 war das genau 608 0 1 die fahrpläne nicht ausgewählt doch da irgendwie mag er gerade gar nichts schilderst du denn jetzt nicht spreche wunsch zurück einstellung warte mal position zurücksetzen ne einstellung eks neustart kann man leider nichts machen sonderziele wichlinghauser straße 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 Also irgendwie hat er hier ein Problem mit der 608 hier, die will er nicht. Das muss natürlich daran liegen, weil jetzt hier wieder irgendwas nicht hinhaut. Das ist natürlich wieder ein wenig crazy. Ja, es sind wohl ein paar, die hier mitfahren wollen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wunderschön. Ja, ja, die Ticketautomaten. Wundervoll. Man fährt eigentlich ja genau wieder fast die gleiche Route hier ab. Aber das ärgert mich hier irgendwie ein bisschen, dass das jetzt hier nicht so will, wie ich das möchte. Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Wir haben einen falschen Fahrplan. So, jetzt haut es auch hin. 608,01. Haha. Ah. Jetzt keiner mitfahren will. Wundervoll. Oh. Oh. Irgendwo will der jetzt gerade hier nicht. Also der bringt mich hier gerade ein bisschen so weißglut hier, dieser Bus. ist. Ja, es ist kein Gang drin. Ich sag ja, wir wären keine Freunde mehr. Ja. Jeder Bus zeigt irgendwie an, dass da irgendwie was nicht koscher ist, ja. Und er lässt mich hier gerade ganz schön alt aussehen. Ja, genau so muss das sein, ne. Aber auf jeden Fall ist der Bus schön voll, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Also was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Schose? Wir werden nicht den Bus nochmal benutzen, den wir schon mal hatten. Recycling ist nicht gut. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Die 611. Die 611. So, Richtung alter Markt. Da waren wir ja auch schon mit der Linie 604, ne. Aber an der Kreuzung, dann trennen sie sich beide. Da sind wir ja mit der 604 nach rechts abgebogen. Mit dem fahren wir geradeaus weit her. Ja. 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 Geht's noch. Wollte ich ihn ausrollen lassen, ne. Wollte ich ihn ausrollen lassen, ne. Ja. 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 Hallo. Ja. 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 Guten Tag, ja guten Tag. So genau, der fährt jetzt nämlich geradeaus weiter, fällt auch der Schienersatzverkehr lang. Sonnenrelo elektrisch, ja. Ja, es wäre schon wieder Halbzeit, die Woche ja so gut wie wieder rum. Ist ja immer schön, ne, also montags denkst du dir immer so, es geht einfach nicht vorbei, ja. Und ich weiß nicht, es ist ein schwieriger Freitag, Wochenende. Konkordienstrasse, Rathaus. Ich hoffe ja, dass dir die Performance in Lüsseldorf deutlich besser wird, als jetzt in den letzten, wie gesagt, Add-ons. Hallo. Aber man merkt halt schon, ja, das zeigt ganz schön an der Performance. Mich würde gerne mal so, 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 einfach mal interessieren halt, wodurch das Ganze, ich meine... Was ich ja sowieso immer die Einstellung der Karten immer ein bisschen anpassen muss, ist ja klar, um die bestmögliche Performance rausholen zu können. Aber es ist manchmal... Ja, ja, es lässt mich auch keiner rein hier, ne, also... Warum auch... Warum auch... Werterbrücke... 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 Werdenbrücke... Werterbrücke... Ich weiß gar nicht, ob ich hier jemanden ausschlecken wollte. Ach, einfach offen machen und dann kommt ein bisschen frische Luft drin in den Bus. Er ist ja noch ein bisschen brechenvoll hier. Das ist zum Beispiel so ein Grund, warum ich nicht mehr mit der Öffentlichen fahren würde. Er ist mir einfach zu voll. Und dann musst du dir halt vorstellen, jeder hat seinen eigenen Duft. Absolut lecker. Und wenn du dann draußen noch gefühlt einfach 35 Grad, 40 Grad hast, was der jetzt mittlerweile Standard ist in Deutschland. Und der Bus, Klimaanlage kaputt. Nee, da kriegst du mich einfach nicht mehr rein in sowas. Also als Fahrer wahrscheinlich wäre mir das wurscht. Ich würde mir vorne wahrscheinlich irgendwo so einen Duftbaum hinstellen, der mit Ventilator oder sowas, der den ganzen Zeit immer so gegen mich sprüht oder sowas. Ja, aber da hinten möchte ich da nicht mehr sitzen denn. Also das ist, nee. Nee, nee. Da kriegst du mich nicht rein. Aber da bin ich schon zufrieden, dass ich dann entweder mit dem Fahrrad fahre oder Auto fahre. Vielleicht zukünftig ja auch mal mit dem Roller fahre oder sowas. Aber nee, nicht mehr mit der Öffentlichen. Das war früher halt auch irgendwie gefühlt, wo man einfach jünger war, doch ein bisschen was anderes gewesen. Das hat sich wohl nicht so gestört oder so, aber jetzt mittlerweile, hallo. Hier müssen wir uns nochmal die lange Linie hier anschauen, die hier noch existiert. Aber die geht über eine Stunde. Das ist mir im Pärsident schon wieder zu lang denn, ne? Also ich finde so 25 bis 35 Minuten ist komplett in Ordnung. Alles, was dann da drüber ist, ist dann eigentlich schon viel zu lang denn. Das ist jetzt wieder der Performance los hier. Hey, 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 hey. Jetzt hat es gerade ganz schön Performance gekostet. Das hat man gemerkt jetzt gerade. Also, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wieso, warum, wieso war das jetzt auf einmal? Aber das habe ich wirklich nur bei Mallorca, Gladbeck, Metropole Ruhe, Wuppertal. Wenn du Bremen einfach gut einstellst, funktioniert Bremen, läuft Bremen, Astrein. Da hatte ich ja anfangs ja auch noch viel rumgemeckert gehabt über Bremen, dass die Performance halt so ist und hier und da. Ja, wenn man es natürlich falsch einstellt, dann läuft es dementsprechend auch so. Aber das ist hier halt auch schon gut eingestellt, weil sonst ist es eigentlich deutlich schlimmer laufen. Und ich weiß halt einfach nicht, woran es liegt. Zu viele Objekte. Deswegen, ich bin nachher mega, mega gespannt, wie das Ganze denn halt in Omsi läuft. Aktuell kann man ja davon rein sagen, auch wenn es jetzt gut läuft, heißt das nicht automatisch, dass es zum Final Release besser läuft als Omsi. Weil immerhin gibt es in der heutigen Version, die man hat aktuell, weder Fahrplan noch KI noch irgendwelche Fahrgäste oder sowas. Ja, das zieht ja auch nochmal alles den Rechner mit runter. So, diese Linie endet hier. Okay. Oh, doch. Nee, es ist eh Terminus. Naja, wir müssen hier noch rum, ja. Ja. Oh, fahr doch bloß. Nee, es ist nicht eh. Huge Damit sind wir auch hier am Ziel angekommen Und ja, also die Linien sind schon sehr kurz Also um das halt dementsprechend halt mit aufzulisten halt in der Liste Dass man, weiß ich, drei befahrbare oder vier befahrbare Buslinien hat Ist das natürlich schon sehr witzig Ich meine, man fährt hier praktisch von Wendeschleife zu Wendeschleife Ja, aber ich weiß nicht Ihr könnt ja gerne mal so eure Meinung in die Kommentare posten Wie, was sagt ihr denn dazu? Witz oder findet ihr das vollkommen ausreichend? Denn schreibt das Ganze doch mal in die Kommentare Würde ich mich freuen Und wir schauen uns in der nächsten Folge mal wieder was anderes an, würde ich sagen Und ja, lass uns am besten mal überraschen Was wir schon lange eventuell nicht mehr hatten Würde ich mich freuen Wenn ihr aber wieder einschaltet Verabschiede mich hier, sage ich, danke fürs Zuschauen Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank.